Die augenblicklichen Restriktionen wegen der Corona-Pandemie könnten nach Ansicht von Papst Franziskus helfen, Weihnachten zu einem religiöseren, authentischeren und wahreren Fest zu machen. Stille und Zurückgezogenheit können helfen, Gottes Stimme zu hören, aber zugleich müsse das Herz offen sein für die anderen, sagt der Papst in seiner wöchentlichen Videoansprache Mittwoch im Vatikan. Wer betet, kehrt der Welt nicht den Rücken zu, sondern nimmt Freude und Leid, Angst und Hoffnung der Menschheit ins Gebet hinein. sagt der Papst. Die innere Beziehung zu Gott lasse in der Einsamkeit Betende zu einer Antenne für Gott in der Welt werden. Die Betenden trügen die ganze Erfahrung des Menschlichen, die Schwachheit und das Sündersein vor Gott. Christen sollen für alle Menschen bitten, auch für die, die uns Böses zufügen, betont Franziskus. Zugunsten anderer zu bitten, ist Aufgabe aller Glieder der Kirche und wer ein verantwortungsvolles Amt innehat, Eltern, Lehrer, Geistliche oder Obere, ist dazu besonders verpflichtet, so Franziskus. Die Videokatechese aus der päpstlichen Bibliothek ersetzt während der Pandemie das wöchentliche Treffen des Papstes mit Pilgern im Vatikan im Rahmen der Generalaudienz.